Ich bin René Engler, wir sind hier in Sevele zu Hause, Gärtli 33. Wir haben das Haus vor gut 12 Jahren gekauft. Wir hatten dann zwei Sachen. Das eine ist, dass wir das Bad renovieren wollten und den Schaden, der eben in der Wand war, auch reparieren. Und das zweite war, dass wir eine kleine Wellness-Oase wollten mit einer Badewanne, die Whirlpool-Funktion hat und eine kleine Sauna integrieren, wo wir dort auch einen Teil des Schlafzimmers dazu genommen haben und sie haben dann auch abtrennen müssen. Meine Frau hat Instagram und hat dort gesehen, dass er solche Bad-Umbauten macht. Und aufgrund von dem haben wir uns dann noch getroffen und haben das auch angeschaut miteinander. Unsere Wünsche waren, dass wir einen kleinen Wellnessbereich anbauen konnten oder ich sage erweitern im Bad, dann das Bad umbauen und die defekte Wand, die wir hatten, die Wasser in sich hatte, dann reparieren konnten. Die Umsetzung unserer Wünsche, das ist sehr, sehr gut von der Stadt gegangen. Wir hatten einige Gespräche miteinander, wo wir unsere Wünsche, wie gesagt, miteinander angeschaut haben und du dann mit deiner Beratung, wie gesagt, uns das hast du so realisieren können, wie wir uns das vorgestellt haben. Am Bad gefällt uns am besten der Wellnessbereich, den wir gemacht haben. Den haben wir zusätzlich zum Bad anbauen. Und das andere war einfach der Umbau und die Renovation vom Bad, wo wir dort auch noch ein Problem hatten, mit einer Leitung, die defekt war, wo wir die Wand auch noch trocken liegen mussten. Also für einen neuen Umbau, wenn wir da im Haus noch mal einen hätten, würden wir sofort wieder, wie sage ich, mit dir den Umbau machen. Mit dir und dem ganzen Team, weil wir natürlich sehr, sehr zufrieden gewesen sind. Was sicher sehr gut war, ist die ganze Planung, die du gemacht hast. Also wir haben eine Art vom ersten Tag, als wir angefangen haben, zu umbauen gewusst, wer wann im Haus ist, wie lange das auch geht. Und das war eine sehr, sehr gute Planung. Da haben wir uns wirklich darauf verlassen. Das hat auch verhebt. Und was für uns natürlich auch noch sehr wichtig war, neben der Qualität der Arbeit, ist auch die Offerte, die wir miteinander vereinbart haben, die ist auf den Franken genau eingehalten worden. Und das ist natürlich ein sehr grosser Pluspunkt.